Also mich stören, wenn alle Leute, mit denen du gerade unterwegs bist und irgendwie reden könntest, gerade nur auf ihr Handy schauen. Ja, man ist halt extrem abgelenkt. Also ich finde vor allem, wenn man abends irgendwie im Bett liegt oder so, dann schaut man noch mal alles durch und hängt dann am Ende eineinhalb Stunden oder so noch dran, obwohl man eigentlich schlafen gehen wollte. Also mit den Daten, die können ein bisschen besser geschützt werden oder so. Beim Lernen vielleicht, weil man halt immer erreichbar ist und das dann auch nicht, also ich meine, ich könnte es ausschalten und weglegen, aber irgendwie ist man dann doch, weiß ich nicht, wenn man dann eine Stunde lernt, denkt man sich, schaue ich mal aufs Handy. Absolut, wenn ich bei der Bushaltestelle der Einzige bin, der nicht auf seinem Bildschirm schaut vor sich, dann ist das doch ein bisschen verstörend. Oder in der Uni schaut man dann halt mal durch Facebook, anstatt der Vorlesung zu folgen. Ja, überall, wo ich morgens, also in der Trambahn, wenn es neben mir, vorne, hinter mir, links und rechts telefoniert wird, das stört mich. Im Alltag, wenn die Leute am Tisch zusammensitzen und essen und dann jeder sein iPhone auf dem Tisch liegen hat. Oder diese Ablenkbarkeit, das ist das, was nervt. Bis zum nächsten Mal! dripping Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020